Hey und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video machen wir nochmal nach längerer Zeit 5 Arten von Scammern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ihr könnt gerne kostenlos ein Abo und ein Like da lassen. Würde mich sehr unterstützen. Ihr sollt außerdem keine Angst haben, was wir jetzt alles hier machen. Das mache ich mit zera-baste. Also keine Angst, ich werde nicht wirklich gescammt oder so. Das sind einfach nur Beispiele für euch. Dass ihr auch besser Bescheid wisst und dass ihr nicht gescammt wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Die liebe zera-bastit sagt euch jetzt auch nochmal hallo. Hi, ich bin die zera-bastit. Und wenn ich vielleicht nochmal einen Teil machen soll, dann könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Am Ende zeige ich, wer bei der letzten Verlosung gewonnen hat. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zur ersten Scammerart. Wir fahren jetzt erstmal in die Mitte. Oh ja, da ist sie. Oh mein Gott, die hat die Schildkröte, die will ich. Oh mein Gott, diese TikTokerin. Oh mein G. Hi. Hallo. Guten Tag. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die will mit mir einfach als berühmte TikTokerin. Alter, Trust Train. Oh mein Gott. Ja. Ja, 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 ja. Kriege ich... ...wieder. Ich frage mal nach, aber... Ey. Einfach eine berühmte TikTokerin. Oh mein Gott. Ich frage nach auch mal nach ihren Namen. Oh ja. Dann tun wir unser super cooles, schnelles Auto rein, das ich geschenkt gekriegt habe. Oh mein Gott. Kannst du mich verlinken? Ups, ich habe verlinke geschrieben. Aber die weiß bestimmt, was ich meine. Oh mein Gott. Was? Nein. Wie? Was? Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Die hat mich einfach gescamt. Die war wohl doch keine berühmte TikTokerin. Wow. Toll. Jetzt habe ich mein super schnelles Auto verloren. Na toll. So, wir fahren jetzt mal in die Mitte, weil... Ich will natürlich mit der Zera jetzt erstmal zum Spielplatz fahren, weil die soll ja auch ein bisschen spielen können. Komm mit Zera. Und ja, dann würde ich sagen, kannst jetzt erstmal hier ein bisschen Slalom laufen. Oder auch hier den Tunnel. Oh, da ist ja niemand. Hallo. Hi. Schreib mir mal. Hi. Komm mit Zera. Komm, du willst doch bestimmt hier ein bisschen schaukeln. So. Wurde gescamt. Was? Nein. Oh nein. Okay. Ich gebe dir ein Pad. Und nein, die Arme wurde gescamt. Die arme Luna. Komm. Wir schenken ihr was. Sonst hat sie ja gar nichts. So. Komm, dann gehen wir ihr mal hier. Bestimmt freut ihr sich ein bisschen. Kann ich mir echt vorstellen. Hier. Was? Äh, wie? Hallo? Äh. Sarah, komm mal mit. Ich glaube, die hat uns gerade gescamt. Ich bin mir nicht sicher. Da haben wir nur HH geschrieben und ist gegangen. Wir gehen jetzt mal kurz zu dir. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Wo ist das hin? Ich glaube, die ist in den Tunnel. Hä? Äh. Hä? Hä? Die ist einfach weg. Hä? Sie ist aber noch hier. Hä? Wie? Wie? Was? Wo? Wo ist die überhaupt? Hallo? Mann. Wow. Jetzt wurde mir noch mal jemanden gescamt, der geschrieben hat, dass er gescamt wurde und hat einfach selbst gescamt. Na toll. So, wir sind jetzt mal hier hingelaufen. Ich bemerke jetzt auch gerade, wie lustig dieses Schild aussieht. Uhu, da hat jemand reingeschrieben. Ich verkaufe Pets. Wer will, kommt in mein Haus. Hm. Okay, da es hier nur zwei Häuser gibt. Einmal von diesem Lister D. Den kenne ich nicht. Oh, und von der Zerrabass. Dann gehe ich mal von aus. Ist das da? Dann parken wir unser Auto natürlich ein. So. Oh. Hallo. Hallo. Was? Verkaufen. Sie. Ja. Ich will ein Pad kaufen. Aber ich hoffe, dass sie diese coole Turtle verkauft. Das wäre voll cool. 100? Gegen welches Pad? Weil das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe, die Turtle. Oh, das wäre so cool, weil ich hatte noch nie eine Turtle. Guck mal, wie niedlich die aussieht. Hallo Turtle. Guten Tag. Hallo. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Das machen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, sie scant mich nicht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Hab bezahlt. Ich schicke hier mal eine Anfrage. Hä? Warum? Aber ich hab dir doch 100 bezahlt. Willst du scammen? Okay. Mann. Wow. Hey, bitte gib mir jetzt diese... Bitte. Ich will aber die Turtle. Das wäre voll... Das wäre voll gemein, Sonnen. Warum will die so gemein sein? Ich will echt die Turtle. So. Bitte. Die Turtle. Nein. Was? Sie will es nicht wirklich verlassen. Wow. Cool. Toll, sie hat es verlassen. Jetzt habe ich sogar 200 Bucks an sie bezahlt. Dann hat sie mich einfach gescammt. Mann. Wir sind jetzt hier. Hier ist die Gisela. Die hat sich getarnt als Prinzessin. Oh, sie hat was geschrieben. Hi. Ich bin so allein. Können wir Freunde sein? Oh ja, natürlich. 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 Ich bin hier auch alleine. Dann erstellen wir kurz eine Familie, weil dann... Yay. Wir haben jetzt hier einen Freund. Ja. Wir haben jetzt Freunde hier. Cool. Komm mit. Komm bitte, mein Lamborghini-Dings. Kenne mich immer mit Autos aus. Komm. Wir gehen irgendwo hin. Oh, ich habe eine coole Idee. Wir gehen am Strand zum Strand. Komm mit. Oh, komm. Kann ich ein Pad haben? Ich habe keins. Ich habe jetzt nur eine Katze. Oh. Oh. Natürlich. Wir sind doch nett. War ja auch super lustig mit ihr. Und sie war ja auch immer nett zu mir. Dann musst du ganz kurz her. Dann komme ich zu dir. Hallo. Und eine Trait-Anfrage. So, hier. Dann gebe ich dir ein cooles Pad. Und weil man, wenn man neu anfängt, ist es ja immer schwer. Dann gebe ich dir ein richtig cooles Pad. Und zwar ein Einhorn. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Einhorn. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Einhorn. Viel Spaß. Was? Wie? Oh. Du hast gelogen. Warum? Lügst du? Mann. Und jetzt, wo ist sie hin? Was ist, hä? Hat er einfach noch gescammt. Ist ja wirklich nett. Toll. Ich habe natürlich Freunde. Wow. Wow. Lass mich raten, sie verlässt auch gleich das Spiel. Mann. Hat aber total viele Pads. Und man lügt ja noch. Und hat mir sogar noch ein Einhorn gescammt. Hahaha. Wow. Ja. Toll. Jetzt haben wir ein Einhorn verloren. Super. Super. Lalalala. Hahaha. Hallo? Ist ja niemand. Komisch. Habe ich mir vielleicht eingebildet. Was? Ih. Was ist das denn? Was bist du überhaupt? Gib mir deine Warten. Hä? Wieso? Sollte ich? Wieso sollte ich dir denn meine ganzen Sachen geben? Sonst melde ich und die ganze Schule von mir dich. Was? Warum? Aber das wäre total gemein. Mann. Ich will aber nicht gebannt werden. Ja, toll. Mein tolles Eevee-Unicorn. Mehr. Das ist voll gemein. Doch mal mehr. Warum? Ich habe aber... Wow. Boah, ist die gemein. Mann. Droht mir da noch sogar, dass sie mich alle melden. Da werde ich bestimmt gebannt. Na toll. Meine tollen Sachen. Du bist so gemein. Ey, das ist so gemein von der... Gib sie wieder. Werd dich nicht melden. Weil es ein Scam war. Was? Oh, nee. Wow. Toll. Und es wurde schon mal eine ganzen guten Sachen gescamt. Ist ja wirklich nett. So, meine lieben Freunde. Das war es mit dem heutigen Scammer-Art-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es macht immer ziemlich viel Arbeit. Darum würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Wir gehen jetzt gleich noch ins Internet. Außerdem keine Angst. Alles, was wir gezeigt haben, waren keine echten. Also, das war es nicht, dass ich wirklich gescamt wurde. Und zum Beispiel bei dem Pet Shop. Nicht jeder Pet Shop, nicht jede Person, die einen Pet Shop macht, scamt auch. Oder bei den ganzen Sachen. Da gibt es auch natürlich Leute, die das nicht machen. Aber es gibt leider auch immer Leute, die versuchen, andere zu scamen. Und ja. Wir kommen jetzt noch ins Internet. Da sind wir noch im Internet. Wir machen das kurz wegen der letzten Verlosung. Das war eine White Portion. Das heißt, wir geben ein Hashtag White. Und dann drücken wir mal auf Get YouTube Comment. Waren letztes Mal nicht so viele. Darum ist es leichter diesmal. Etwa 500. Und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Und es gewinnt notreal-alina. Ich liebe deine Videos. Hashtag White. Lieber Alina, du hast gewonnen. Alles Gute. Bitte melde dich unter meinem Video. Und schreib da noch bitte deinen Namen rein. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abonnent like. Ich weiß, habe ich jetzt schon mal gesagt. Ich wiederhole mich gerne. Dann würde ich sagen. Bye Leute.